Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Road. Wir müssen weiterhin Kastanien sammeln für die Mankeys. Gucken aber vorher gleich mal im Shop, im Laden, ob es dort vielleicht, möglicherweise, ja, 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 oh, wirf Samen. Lesen, nein. Pokémon-Zeitung Extrablatt, lesen. Doki, entschuldig, Teil 2. Zu den Ereignissen, sagte Glurak, das dachte ich mir von Anfang an. Der Spota fügt hinzu, dieser Schurke Gengar, so kommt er uns nicht davon, das hat noch ein Nachspiel. Okay. Gut, ja, wir müssen jetzt unbedingt, äh, wir gehen erstmal ein bisschen was lagern, genau. Wir brauchen unbedingt Kastanien, Leute, denn wir wollen ja unsere Basis fertig bauen. Äh, abfückeln wir zwei Lagern, Pils auf Beeren, drei Stück. Kusine wäre eine Plosivsam und Geheimpower. Ja, lagern, genau. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht zu laut. Alter, es ist einfach mal halb neun und ist dann einfach, ach, Schwarm hier. Äh, Persembar, ach, toll, brauchen wir alles nicht. Äh, hier, der hat ja keine Röntgenaugen, ne? Ne. Ich hab gehofft, dass irgendwie, äh, Röntgenaugen zu verkaufen sind. So, dass wir sehen, wo Items liegen in den Dungeons und wo Gegner sind, hab ich ja beim letzten Mal versucht zu erklären, solange es verständlich war. Oder sofern es verständlich war. Äh, ich weiß nämlich nicht so. Aber ja, das Item macht halt, dass wir, also, äh, Item zum Tragen. Und es macht halt, haben wir Elecate schon dabei? Ne, ne? Ne. Äh, das macht halt, dass wir auf der Minimap Gegner sehen und Items sehen. Also nicht, was das für Items sind und was das für Gegner sind, sondern nur die Gegner, äh, ne, anzeigt, dass da ein Pokémon ist oder anzeigt, dass da ein Item liegt. Aber gut, ja, machen wir den Tumultwald. Wir machen den Tumultwald jetzt auch einmal und dann beende ich den Part auch schon. Weil, ja, wie gesagt, wir, äh, wie schon, weil Luffy hat gesagt, ich hab gerade nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Und, ja, da ich die Parts gerne rendern würde, während ich halt im Kino bin, mit meiner Klasse oder mit meinem Kurs, ähm, damit ich sie danach sofort hochladen kann, alle. Oh mein Gott. Wieso finden wir hier so schnell die Treppen? Jetzt will, jetzt, wo ich das mal nicht machen will, ne? Jetzt, wo ich mal nicht so schnell die Treppen finden will. Ach, Mensch. Gut, dass ich keine Teampartner verletzen kann. Oh, danke. Ähm, ja. Damit ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin, sofort hochladen kann. Äh, wer hat was, wer hat welches Item aufgehoben? Ah, explosivsamen, okay. Ähm, ja. Würde ich halt... Lol. Sehr gerne die Parts jetzt aufnehmen und rendern. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt gerade einen kompletten richtigen Satz gesprochen habe, weil ich total aus dem, äh, durcheinander gekommen bin. Durch die Pokémon gerade. Elekid, was machst du denn da? Komm mal hier mit her. Wäre auf jeden Fall von Vorteil für dich. Okay, gehen wir durch die Treppe. Wie es aussieht, finden wir hierher keine Kastanie auf der Ebene. Oh, Mensch. Ein sonniger Tag, schön. Feuertagen wurden verstärkt. Das ist nice. Und Solarstrahl muss nicht aufgeladen werden. Okay, Moment. Ähm, Kastanie? Nein. Geld. Okay, der ist jetzt sehr besiegt. Nice. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir hier schon wieder keine... Äh, ob wir diesmal eine Kastanie finden werden. Ich hab nämlich das Gefühl, wir werden hier wieder keine finden. Das wäre ziemlich, ziemlich doof. Irgendwie muss ich ja zugeben. Mann, die geben hier so gut wie null Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen problematisch. Mensch, wir müssen eh ein bisschen leveln. Ich hab meinen Sound grad aus Versehen ausgemacht. Komm, paar Räume klappern wir hier ab. Wir müssen ja schließlich echt Kastanien finden. Ich will unsere Basis fertig haben. Bats. Noch nicht dein Ernst. Äh, ich hasse Stachelsporn. Danke. Okay, ein Floragummi. Nice. Ich wollte nicht die Karte verdunkeln. Ich wollte drehen. Genau. Hat, äh... Ja, Draki... Okay, Moment. Äh, werfen wir mal das Floragummi auf ihn. Und dann noch einmal bitte... Einsatz. Ja, der hat immer noch keine neue EQ-Fähigkeit. Oder hat der? Doch, ich glaub, er hat... Hat der, warte, hat der im letzten Part eine neue EQ-Fähigkeit erlernt? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Stirb. Du auch. Glut. Nice, danke. Okay, dann würde ich sagen, noch einmal hier oben hochgehen. Nein. Ja, mach ruhig, Draki. Mach ruhig. Hier runtergehen. Oh, Mann. Wieso spawnen wir denn jetzt direkt bei den Treppen? Das ist doch nicht cool. Jetzt, wo ich das nicht so gerne... ...möchte, ne? Oh, Mann. Ist das doof. Egal, gucken wir nochmal hier lang. Hier ist noch ein Apfel, okay. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Ebene. Attacke kann nicht eingesetzt werden. Dein Ernst? Durchbruch. Höh. Erdbeben macht nur bei... Äh, Zippy Damage, Alter. Nur bei Zippy. Ach, nö. Okay. Ja, okay. Ich besiege Roselia doch. Nur weil Draki einen guten Ruckzuck-Keep hingelegt hat. Äh, 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 äh. Okay, Alter. Können nicht irgendwie weniger Pokémon... Alter, ist das noch so unser Murzel? Was ist denn los hier? Geh weg. Ich würde dafür aber auch gerne belohnt werden, so mit... Äh, ja, vielleicht so... Mit einem... Mit einem, ja, Kastanie? Wäre auf jeden Fall nett. Oder bin ich die ganze Zeit im falschen Dungeon oder so? Die gibt's doch hier, oder nicht? Macht ja auch... Ja, klar. Ach ja, äh, 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 ist es halt nicht. Ist es halt nicht. So. Wäre ja hier kein falsches Deutsch reden, ne? Obwohl ich das eigentlich meistens tue. Oh, Mann. Danke. Okay, zack. Ein Mankey. Schön. Bringt uns jetzt herzlich wenig, das zu treffen. Auch da ist da zufälligerweise eine Kastanie dabei. Nein, natürlich nicht. Ist da eine Kastanie? Nein, eine Singlebeere. Oh, eine Singlebeere. Okay, jetzt will die Treppe zum Glück nicht. Besiegt. Okay. Helfen wir mal unserem kleinen Sippy. Alleine packt er es ja nicht. Er ist ja noch so schwach. Er ist noch gerade in der Entwicklungsphase. Ha. Oh, Mann. Komm schon. Okay, es wird ziemlich kurzer Part. Wir sind gleich schon durch mit dem Tumultwald. Endlich, eine Kastanie. Oh, geil. Oh, geil. Schöne Sache. Schöne Sache. Alter, aber Draki macht aber auch ein Damage, ne? Das ist echt geil. Gibt es mehrere Kastanien auf einer Ebene? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Wir haben ja noch Zeit, ne? Oh, nee. Geh mal weg, Planers. Keiner mag dich. Wow, dein Ernst? Ich habe jetzt echt nicht damit erwartet, dass er auf einmal schräg nach oben geht, weil sonst läuft er immer zu mir. Also läuft das Pokémon immer zu mir hin. Wow, Level 21. Nice. Neue Attacke? Nein, leider nicht. Okay. Aber wir haben ein bisschen Dammish dazu bekommen. Bisschen KP. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Sipi hat Level 13. Wow, Level 13, Alter. Er ist acht Level unter uns. Oh, mein Gott. Das ist echt krass. Also wären die ganzen schlechten Pokémon hier nicht, ne? Dann würde der Dungeon ja auch jedenfalls ein bisschen Spaß machen. Ansatzweise. Okay, ich sollte vielleicht nicht mehr so viel in den Dungeon rumwürsteln. Ich habe keine AP mehr. Nur noch für Aquaknarre. Und mein Magenknot. Oh, Mann. Gehe ich heute irgendwo frühstücken? Ich weiß nicht. Vielleicht nach dem Film. Vielleicht nach dem Kino. Mit Biano oder so. Irgendwo in, weiß ich nicht, Bäckerei setzen oder so. Ja, wir haben es geschafft, jedenfalls eine Kastanie zu holen. Ich weiß, der Part ist ziemlich kurz. Es tut mir auch leid. Ich glaube, ihr habt mein Magengrummeln gerade gehört. Aber egal. Warum wollte ich nicht großartig? Lass uns Feierabend machen, ja. Äh, ja. Speichern, genau. Schluck Kaffee. Und dann können wir auch gleich die Kastanien noch geben. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Guten Morgen, Doki. Guten Morgen, Dracki. Äh, ja. Komm, gucken wir uns jetzt schon an. Die jüngsten Naturkatastrophen lesen. Äh, egal. Hey. Habt ihr uns eine geschählte Kastanie mitgebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschählte Kastanie. Los, gebt sie her. Wir werden da noch ganz hart arbeiten. Äh, ja, geben. Ja, eine geschählte Kastanie. Also, ihr Faulbälse. Packen wir es an. Hacken, hacken. Was steht dir da rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis in der Hand und Drehen renoviert haben. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lange gefuckert oder gefuchtelt. Oh, ey. Das geht so auf die Stimme, ne? Und so? Motiviert durch eine weitere geschählte Kastanie setzt die Manky-Bande die Renovierungsarbeiten an der Rettungsteambasis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten an der Basis fast beendet. Hat sich kein Stück verändert, wie es aussieht. Okay, wir können noch ein bisschen in der Stadt rumbummeln. Wie gesagt, den Dungeon nochmal anfangen will ich jetzt nicht, da wir jetzt nur noch so vier Minuten haben. Und ich halt länger auch nicht unbedingt aufnehmen möchte. Wie gesagt, ich hab nicht so viel Zeit. Zack, genau. Jap, lagern. Didi, 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 didi. Okay, ähm. Ja, die Link-Attacken will ich jetzt nicht machen, aber wir können noch ein bisschen... Aha, wir nehmen erst mal Geld mit. Vielleicht gibt es ja ein schöne, äh, schöne Ründgen-Augen bei dem Laden. Alertoskop. Leider nicht. Aber Belebersamen, oh mein Gott, ja. Ja, Belebersamen mitnehmen. Belebersamen so gerne mitnehmen. Immer schön alle Belebersamen aufkaufen. Wenn Kick-Leon welche im Angebot hat. Was haben wir hier so? Fliop, Kugelsaat. Da brauchen wir jetzt nichts von unbedingt. Weiß nicht, so Schockwelle oder so wäre ganz geil. Oder irgendwie, ja, Donnerschock, Donnerblitz oder so. Irgendwie sowas in der Art. Hätte Style für Elekid halt. Aber, naja. 13 Minuten. Ich glaube, das ist ein okay Part. Wie gesagt, sorry, dass der Part so nur kurz ist. Beziehungsweise die beiden Parts so kurz waren jetzt heute. Dafür kommen morgen wieder 20 Minuten. Hoffentlich. Und gibt es hier irgendwie... Info. Es gibt nämlich auch an sich manchmal... Aufträge mit... Mit, 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 ähm... Partnerarealen. Als... Ähm... Als Belohnung. So. Äh, nein. Nein. Da, zum Beispiel. Geil. Ich glaube, das machen wir dann... Ja gut, jetzt noch nicht. Oh, das ist aber auch ein... Oh, Eskorte. Ähm... Das wird schwer. Das ist... Also, das... Eskort... Äh, zu eskortierende Pokémon ist Level 5. Und kann nichts und hält halt nichts aus. Deswegen muss man da mal richtig vorsichtig sein. Oh, Mann. Okay, Leute. Wie... Ich würde sagen, wir sehen uns bei das. Nächste Mal wieder. Haut da rein. Nein. Ich bin. Ich bin.